Gebaut hier in TXS, ungefähr 200 Kilometer südlich aus heimischem Birkenholz. Die Lauffläche wird nicht gewachst, sondern mit Holzpäche behandelt, auch als Birke hergestellt. Das ist alles mit dieser Bindung. Das System ist ganz einfach, aber es funktioniert. Herrmann-Meyer in Schweden. Die Lauffläche wird nicht gewachsend. Die Leuchten sind in der Karte, die in der Karte sind in der Karte. Die Leuchten sind in der Karte. Die Leuchten sind in der Karte. Musik 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 Bitteschön! Untertitelung des ZDF, 2020